Hallo liebe Mutsis, ganz eine kurze Durchsage bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktueller Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letzter Solo, Stand auf, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite www.joelvonmutzendecher.ch Jetzt viel Spass mit der Folge. Yes, Christoph schaue nach, wenn du das letzte Mal da warst. Das wollten wir noch herausfinden. Und in der Zwischenzeit wollte ich dich fragen, was du an neuen Netflix-Empfehlungen hast. Ja stimmt, wir hatten es ja darüber, dass es so weird ist, dass das neuste Gespräch beim Nachtessen ist. Irgendjemand erzählt dir noch von einer Serie, die er sieht. Und meistens, also meistens ist mir immer eingefroren, ja das ist nicht schlecht gewesen, ja das ist auch noch gut gewesen. Aber nichts ist super, also weisst so. Normalerweise ist es durch die Auslösung, ich habe etwas extra, ich musste brüllen, es ist unglaublich, life-changing gewesen. Aber das Gespräch war immer so, ja letztes Jahr habe ich noch diese Serie fertig geguckt, das ist auch noch gut gewesen. Ja genau. Ja auf jeden Fall, ich musste gestern aber mir selber lachen, weil ich habe einen Song gemacht auf meinem neuen Album Bubble, der heisst Verrückt. Und der, der ist auch inspiriert gewesen von dem Netflix-Dokumentar, vom Dokumentar von mir über Pamela Anderson und den Tommy Lee. Yes. Als ich aufgewachsen bin, waren natürlich diese Rockstar-Ikonen mit ihrem Skandal und alles hat mir so aus dem Bravo und aus dem Blick mitbekommen. Und es ist aber wirklich noch bewegend gewesen, so die beiden, die immer noch crazy, aber eben schön crazy, crazy romantisch irgendwie jetzt so aufs Leben zurück schauen, das hat mich noch recht bewegt und es ist mehr als nur nicht schlecht gewesen. Wirklich? Und er hat dann eben sogar zu einem Song geführt, wo irgendwie das Bild von so zwei Menschen, die einfach crazy romantisch sind und egal was alle anderen sagen, egal ob es passt für das Leben, wo du sonst lebst, irgendwie einfach einen gemeinsamen Weg gehen muss. Ja, ich habe das natürlich nur so am Rand mitgekriegt damals, aber Tommy Lee habe ich immer einen faszinierenden Typ gefunden, weil der in den letzten Jahren in meiner Bubble so ein bisschen auftaucht ab und zu, weil er ist ein riesiger Comedy-Fan und er ist so einer von denen, der findet, ich könnte das nie machen. Und jeder Comedian findet natürlich, ja, ich könnte nie das machen, was du machst. Und dann ist er immer irgendwie in den Podcast aufgetaucht, bei irgendwelchen anderen Comedians und so. Und er hat schon sehr, sehr crazy shit gemacht. Er erzählt irgendwie, dass er sich Jack Daniels gespritzt hat, weil sie nichts anderes mehr gehabt haben an einer Party. Boah. Weisst du so? Ja, das ist dann natürlich hyper crazy. Und es gibt halt selten Leute, weisst du, die das überleben, dass sie dann später darüber erzählen können, oder? Das ist ja oft der Punkt. Ja, was machst du? Wie kommst du aus dem raus? Wie kommst du weg von Jack Daniels Spritzen? Irgendwie musst du auf das raus. Schau jetzt, Mai 21 bist du da gewesen. Ah, sehr schön. 21, das ist fast drei Jahre. Ja, viel Zeit ist vergangen. Aber was mir jetzt vorhin eingefallen ist, mit all diesen Dokumentationen, das sind ja oft jetzt eben Zeitstempel. Weil jetzt können wir auf einmal die Sachen führen, wo ich irgendwie, ich habe die Beckham-Doku geschaut, und es geht viel weniger dann für mich ums Fussballerische, weil das habe ich damals mitgekriegt, und es ist dann mehr so gesehen. Ah ja, du siehst dann Bilder von denen zwei, so Ende 90er, und einfach, wie die rumgelaufen sind, wie alle Menschen drumherum gelaufen sind. Ja, ja. Und... Wo du dich, wo du, wo du dich entweder sogar erinnerst... Ja, und du bist zu drückversetzt, oder was denkst. Also, ist natürlich ein Teil davon, ist auch so ein Nostalgie-Gefühl. Mega. Wo auf eine schöne Art dann befriedigt wird. Ich erinnere mich, dass ich als Kind Dokumentarfilm schrecklich fand. Die hat man müssen in so einem dunklen Raum schauen, in der Schule. Die erste Freude ist ziemlich schnell verblasst. Ja, man schaut in den Film. Und nachher ist es so ein, mit so einer psychedelischen Synthesizer-Musik unterleiteten Tierdokumentarfilm, ohne Wort gewesen. Und plötzlich bin ich in das Alter gekommen, wo die Leute, die jetzt gleich alt sind wie ich, aber auch genug Erfahrung haben und wahrscheinlich auch genug Geld und Material und so, haben angefangen, Dokumentarfilme zu machen. Es gab plötzlich einen Dokumentarfilm über Skater-Ära, wo ich Teenager war, all die berühmten Skater aus den USA. Und plötzlich gibt es zweistündige Dokumentarfilme über das. Oder der letzte Dokumentarfilm über We Are The World, 1985, ich habe das erste Mal Musik entdeckt. Und den Film gibt es zwar schon länger, würde ich jetzt den Seven sagen, weil er hat nämlich den anscheinend auf Video gehabt, aber die neue Variante ist jetzt da. Und plötzlich gibt es so viele Dokumentarfilme, die ich früher erschreckt gefunden habe, für mich. Ja. Das ist wunderschön. Und ich glaube, meine Kinder wünschen sich manchmal, es gäbe es für sie ein bisschen mehr, weil ich habe auch schon gefunden, wenn man unbedingt den Film hat, schaue, hunderte Wochen, dann muss es ein Dokumentarfilm sein. Es gibt mittlerweile, glaube ich, über alles Dokumentarfilme. Und was sicher ja auch hilft, ist, dass mittlerweile viel mehr ja auch dokumentiert ist, schon an sich. Das heisst, du kannst heutzutage das bessere Dokumentarfilme machen, weil du musst halt auch die Recherche betreiben und Handyvideos von überall und Facebook-Posts. Stimmt. Eins von diesen True-Crime-Dinger ist gesehen nur aufgrund von Privatvideos und Facebook-Posts. Hättest du alles wiederherstellen können. Ja, mega spannend, ja. Aufgrund von dem. Ja, mir ist letztens auch aufgefallen, da gibt es doch den Ed Sheeran ist zum Beispiel auch Begleiter oder von Anfang an, ich weiss nicht, von seinem Bruder oder seinem besten Kollegen. Ja. Also es ist dann eigentlich kein Problem plötzlich so eine Geschichte nachzuzählen, weil das Material ist einfach rum. Ja, und es kostet nicht mehr so viel, um überhaupt eine Kamera mitzunehmen oder so. Ich auch für eine Saison habe ich mal jemanden mitgenommen. Und ich fand, nicht nur wegen mir, sondern weil dort, weißt du, so spürbar, Stand-Up-Comedy ist gerade so am, ist wirklich gerade so langsam am Griffen gesehen. Es klingt so blöd, aber du hast wirklich gemerkt, es passiert jetzt etwas. Und dann gibt es halt wirklich, weißt du, so, ich meine, der Charlie, so Achtung, ein für das Feel-Good-Bingo, ein Hörer hat eine Feel-Good-Bingo-Karte gemacht. Und ein Begriff ist Charlie. Und der kommt jetzt natürlich, weil er ist mittlerweile ein riesen Star und dort hast du halt wirklich so Aufnahmen, wie er backstage nervös ist, weißt du, zu finden, oh, ich habe mir etwas Neues überlegt, ich weiss nicht, ob es ankommt. Und nachher, ja. Und der Rob Spence läuft irgendwie noch vorbei, weißt du, so, und irgendwie, ich habe so gefunden, das ist ein geiles Zeitdokument. Mehr für uns, ich nehme nicht an, dass es irgendwann mal jemanden interessiert, aber das mal so in 20 Jahren, dann mal kannst du hinsetzen mit ein paar Leuten und sagen, schau mal dort. Das stimmt. Und du hast es völlig vergessen, weil das sind ja so die kleinen Momente im Leben, wo für dich in dem Moment komplett Alltag sind. Ja, ja. Und du erinnerst dich ja nicht mehr so daran, weil es ist ein seltener Moment, wo du findest, oh, das muss ich jetzt, keine Ahnung, das 17. Backstage-Gespräch innerhalb von drei Wochen, das muss ich jetzt nicht mental festheben, weißt du so. Vielleicht unterscheidet das auch schon noch eine jüngere Generation, jetzt auch mal von mir, wenn ich dann so... so Aufnahmen gesehen habe, von jungen Musikerinnen und Musikern, die gerade im Studio sind, sie schreiben einen Song, sie singen dann das erste Mal ein. Und währenddessen halten sie das Handy an und filmen sich, dann finde ich das mega cool zum Schauen. Aber wenn ich selber am Musik machen bin, dann ist es immer noch, also fast nicht möglich, dass ich in dem Moment umschalte und denke, ich könnte mich ja filmen. Ja, ja, ja. Ich weiss nicht, wieso, aber ich schaffe das einfach nicht. Es kommt mir fast vor, wie wenn ich... Ja, wahrscheinlich hat es mit dem zu tun, dass ich in dem Moment beobachte ich mich und etwas in mir sagt, du wirst es verändern durch diese Beobachtung. Ja. Das ist ja auch so ein... Wo ist das in der Physik oder Chemie oder so? Oder in der Forschung, oder generell. Das Thema, dass du das, was du beobachtest, durch den Akt der Beobachtung verändern. Und irgendwie, bei mir ist das voll drin, dass ich, wenn ich einen Song schreibe, dann geht das nicht, dass ich in dem Moment mich dabei dokumentiere. Ja. Besser gesagt, wenn ich es dann mache, ich habe es auch schon zwei, drei Mal probiert, weil man will ja modern sein oder irgendwie, oder einfach auch visuellen Content haben. Ja. Und dann mache ich anders Musik. Ja. Und es wäre natürlich vielleicht sogar spannend, herauszufinden, ob die Musik vielleicht sogar besser wird, wenn ich mich immer dabei dokumentieren würde. Vielleicht würde ich mehr an die Leute da aussen denken und weniger nur an, ich will meine persönliche Vision. Ja. Also das weiss ich nicht, aber ich merke, es ist ein riesen Unterschied. Hast du dann mehr ein Druckgefühl, weil du weisst, jetzt wird es dokumentiert? Ja, ich habe natürlich in dem Moment ein Dramaturgiebedürfnis. Ja. Das muss noch jemand hinführen. Ja. Genau. Es kann nicht einfach sein, ich sitze jetzt heute Nachmittag in meinem Studio. Ja, wahrscheinlich wäre ich effizienter. Weil du weisst, wie oft bin ich schon in meinem Studio gesorgt, habe mir vorgenommen, ich mache jetzt diesen Song, ich weiss genau. Und dann aber ist mir irgendwie so nebenbei, ist mir noch ein Ding, aber so ein Plug-in wollte ich schon ausprobieren. Und dann, ja, dann ist der Nachmittag ziemlich schnell vorbei, weil ich dann eigentlich nur das Plug-in ausprobiert habe. Wenn ich jetzt aber wüsste, heute Nachmittag filmst du dich noch, dann würde ich im Studio denken, hallo Leute, das Plug-in würde mich doch nicht interessieren, jetzt machen wir einen Song. Aber ich finde, ich finde, für den kreativen Prozess ist so etwas wie das Plug-in ausprobieren, ist ja auch mega wichtig. Ja, aber nur, wenn es die richtige Balance hat, um nachher wirklich etwas noch daraus zu machen. Klar. Also, jemand wie ich kann dir sagen, kann ich es wirklich übertreiben. Ich habe, also auch gerade, weil ich vielleicht mit meinen zwei Kindern und dem Wunsch auch Tage mit den Kindern verbringen, hat es bei mir nicht, ist nicht mehr, weisst du, sieben Tage in der Woche, wo ich Musik machen kann. Ja, ja, ja. Das ist begrenzte Zeit. Genau, die ist begrenzt und ich schaffe es aber immer noch, die begrenzte Zeit zu halbieren, weil ich zuerst mal nach einem, ja, den ersten Tag wieder im Studio denke, ah nein, jetzt will ich aber unbedingt, was habe ich letztens beim Bass den Halswinkel verstellen, um zu schauen, ob dann der Andruck auf die Brücke besser ist und er mehr Nachklang hat und das geht aber drei Stunden. Ja, 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 das habe ich mit logischerweise auch ganz vielen Sachen, aber dort merke ich zum Beispiel eine lange Zugfahrt oder so, die verleitet mich dann wahnsinnig, statt dass ich eben, weil ich zu viel Zeit habe auf einmal, oder? Dort habe ich dann zu viel Zeit, ich weiss, ich bin jetzt sechs Stunden in diesem Zug, also eine lange Zugfahrt vor mir. Ja, die Sachen, die ich wirklich machen müsste, hätte ich in einer Stunde gemacht, aber weil ich weiss, ich habe Sex, bin ich dann so, ah, warte mal, ich wollte mal mit diesem Grafikprogramm ausprobieren, könnte ich dort noch irgendwie mein Logo nehmen für Pflanzen, oder weisst du, irgendwie so. Und dann gehen auf einmal zwei Stunden mit absolut nichts. Ist das jetzt das Wort Procrastination, wo überall so alle Life-Coaches finden Lösungen zum Procrastination positiv umwandeln? Ja, aber eben, ich finde, ich denke immer so, du musst mit dem Leben, wo du halt gekriegt hast, und es gibt Leute, die sind Procrastinators, und andere können sofort immer gerade das erledigen, was sie müssen und wollen. Ein Kollege von mir, der hat das Motto, und der lebt wirklich nach dem, Fire and Forget. Das ist wirklich so, wenn irgendetwas kommt, egal was es gerade muss sein, dann macht er es sofort. Ja. Bam, so, und dann hat er es weg. Das ist sein Motto, oder? Und bei ihm ist dann zum Teil das Problem, dass durch das Prioritäten vielleicht nicht immer ganz richtig gesetzt sind, oder? Also er kann so in Echtzeit Sachen erledigen, aber Sachen, die einmal voraus, wo jemand sagt, an dem Tag würde ich gerne noch das machen, oder bis dann, die sind dann wahrscheinlich schwer. Richtig, es muss nämlich immer sofort passieren. Und das heisst, wenn du dann sagst, ich würde gerne an dem Tag, musst du eigentlich sagen, hörst du jetzt, heute brauche ich das und das. So, oder? Du wirst wissen, wie ich ihn nehme. Aber du glaubst daran, dass es in dem Fall keine, also so wie Determination, also wenn eben ein Verschlepper bleibt, jemand, der immer wieder lang braucht und Zeit braucht, um etwas ausprobieren. Ich zumindest kann es an mir nur so feststellen. Ich weiss nicht, wie es für andere ist, aber ich merke, dass ich mit dem irgendwie muss leben. Ja. Und in vielen Sachen aber auch gut leben kann. Also du bist ein guter Lebensorganisator. Nein, das würde ich nicht sagen, aber der Prokrastinator in mir sieht eben das Positive drin. Das hat einfach so, wenn eine Dringlichkeit da ist oder eben Druck, dann passiert das Zeugs und das Unterbewusstsein hat trotzdem lange daran gearbeitet. Also weisst du, das ist ja jedes Mal, wenn ich denke, ah, ich sollte noch, ich rede jetzt vor allem von kreativen Sachen, ich sollte noch irgendwie, ah, ich brauche jetzt einen anderen Schluss, so, wie irgendein Bit. Dann denke ich mir so, hm, der Schluss gefällt mir noch nicht. Dann kann ich nicht hinsitzen und sagen, okay, was ist jetzt ein besserer Schluss? Sondern das habe ich irgendeinmal. Ja. Und dann kommt irgendwann die nächste Show. Und das kann sein, gerade vor der Show, dass ich dann so denke, ah, shit, da brauche ich noch einen anderen Schluss. Und dann macht es wie so einen Blitz, so, bam, das ist es. Oder vielleicht sogar dann noch nicht. Und auf der Bühne denke ich so, dort habe ich mir gedacht, ich muss einen anderen Schluss haben. Und dann ist halt wirklich, alles hat sich angesammelt. Und das ist die härteste Druckphase, du bist auf der Bühne und du brauchst jetzt einen anderen Schluss. Und dann sagst du, komm mal, mach mal das. Und dann machst du das und findest, uh. Ja, ich glaube, das ist so wie, To-dos werden so wie eine Pipeline hineingesetzt, wo sie dann geparten müssen werden mit Lösungen. Sie sind einfach mal aufgereiht in dieser Pipeline und die Lösungen, wenn die kommen, weisst du nicht, aber du hast es mental schon mal nochmal mit Anneton, wo es nicht einfach vergessen wird, sondern wo es irgendwann die Lösung dann dazu geführt wird. Genau, genau. Das gibt es beim Musikmachen auch, auch sehr viel sogar. Und das ist manchmal auch für Aussenstehende komisch. Also du, wenn ich Songs mache, dann gibt es ganz viele Sachen, die ich weiss, die sind noch nicht gut, aber ich muss sie dann nicht gleich ändern. Ich muss jetzt den Song, ich kann jetzt von mir aus noch zu tief sein und zu langsam sein und noch keinen Schluss und keinen Anfang haben. Aber solange nicht klar wird, dass er eine Geschichte erzählt, die mir einfährt, die nachhaltig ist, muss das alles gar noch nicht gemacht werden. und wenn ich dann das aber jemandem abspiele, dann ist das schwierig für die Person, um das Lied irgendwie zu erfassen, weil es gehört dann einfach, hey, wie fährt denn das an, hey, ist ja mega langsam, oder was du Brummli bist, was läuft mit dem und so. Und dann checke ich erst, ah, okay, ja, das sind alles so Sachen, die sind in dieser Pipeline drin, die warten drauf. Und im richtigen Moment, wenn dann aber das andere geklärt ist, werden die dann unter Umständen ganz schnell zack, zack, zack. Ja, und das ganz gemeine ist, in dem Moment, du kannst ja nicht den ganzen Kopf denn Person X zeigen, weil für dich in deinem Kopf ist das dann alles schon recht klar. Du denkst so, ja klar ist es jetzt noch irgendwie zu langsam und zu tief, aber eben, das ist in der Pipeline, das kommt dann. Aber Person X kriegt ja wirklich nur genau gerade das zu hören oder zu sehen, wie es ist. Ja. Und der ganze Prozess dahinter, habe ich gemerkt, das ist bei mir genau das Gleiche mit, einerseits, wenn ich Tryouts mache, oder? Ah ja, klar. Da bin ich natürlich so in einem Zustand von, okay, da weiss ich schon, das wird es nicht mehr sein und dort geht es nicht mehr anders her, so. Aber die Leute dort haben natürlich nur genau das gesehen, was sie gesehen haben, oder? Das heisst dann aber eigentlich, dass es Tryouts schon recht, es müsste eigentlich, weiß ich nicht, bei 90% sein, dass du wirklich das kannst testen, was du willst testen, weil wenn die Leute, wenn dann nachher das Feedback nur all das ist, wo du eben so, ja klar weiss ich, das ist eine Pause. Es ist ganz gemein, weil es ist wirklich, Tryouts ist wirklich ein Missbrauch vom Publikum, oder? Weil es ist, also hoffentlich haben sie trotzdem Spass und ein paar checken das auch und kommen extra wegen dem, wie sie sagen, es ist eben ein spannender Prozess zum Gesehen, aber grundsätzlich ist es wirklich mehr so, ich brauche jetzt auch für die Leute und ich muss wissen, ob sie lachen oder nicht. So, und ich habe das dann auch gemerkt bei so einer G&G-Sendung, wo wir haben müssen sprayen, haben wir gelernt sprayen, oder? Und dann ist es auch darum gegangen, dass du eine 4x8 Meter Wand machst und dann musst du natürlich zuerst eine Skizze machen und dann sagst du, okay und so sollst du dann auf die Wand und meine Skizze ist nichts gesehen, meine Skizze ist wirklich nur so Bleistift auf Papier und sogar, wenn ich die anschaue, denke ich so, ja, das stimmt noch nicht und das werde ich anders machen und eben, das mache ich dann an der Wand, weißt du so. Und dann sind Berater dabei gewesen. Du könntest nie durch in einer Marktwinsetzung mit so einem Fetzel. Und die heissen Queen Kong heissen sie, sind zwei ganz coole, die selber auch Mural Art machen und so. Und dann musste ich mit ihnen so, hast du mir so Rücksprache halten, oder? Und natürlich war es dann so, ja, aber das. Und ich so, ja, ja, ich weiss, weißt du. Und dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, okay, es ist in meinem Kopf und wir müssen halt jetzt einfach darauf vertrauen, wie das dann rausgeht. Und ich glaube, das ist in der Musik genau das Gleiche, oder? Du hast ja noch so viel mehr, was weiss ich, du hast sicher auch noch so viele verschiedene Herangehensweisen gehabt, bis du bei diesem Song gesehen bist. Du hast mal irgendeinen Rift drin gehabt, wo du dann findest, ah, da braucht es jetzt doch nicht mehr. Und du hast dann, alle diese Prozesse hast du in deinem Kopf gemacht und jemand kriegt dann einfach eine Demo zu hören. Das ist eigentlich noch schwierig, ja. Und sagt, ja, aber da hätte ich mir noch einen Riff gewünscht. Und du denkst so, ja, habe ich schon gehabt. Ist schon durch. Ja, was ich jetzt noch dazugelernt habe, also eben von wegen, man kann vielleicht eben nichts dazulernen, oder eben doch, ist, also nach vielen Tagen von sinnlosem Plug-in ausprobieren im Studio, habe ich... Ist es sinnlos gewesen? Ja. Ich weiss, ich schaffe, ja, insgeheim schaffe ich immer daran, dass ich wahrscheinlich wie so ein Verkäufer werde, oder so, einfach alles kann. So, aber das kann es ja eben auch nicht sein. Nein, ich habe dann ausprobiert, also es hat mich selber natürlich gestört, dass ich meine Zeit so gefühlt schlecht nutze und dass die Wochen so schnell vorbei sind. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich gar nicht erst ins Studio gegangen oder gar nicht direkt ins Studio gegangen, sondern von dort, wo ich wohne, hat es verschiedene Wege, die man kann nehmen. der eine führt durch die Stadt und der andere führt durch den Wald. Und ähm, ich bin... Ich könnte so fast jedem Song von Bubble, erinnere ich mich, wo ich durch bin. Und das hat so viel ausgemacht, als einfach loslaufen, in den Himmel schauen, oder wo auch immer her schauen, und gar nichts wollen, ausser ins Studio kommen, irgendwann einmal, aber nicht schnell. Und, also ich habe, ich könnte, ja, ich könnte schwören, das funktioniert jedes Mal. Ja. Du kannst einfach loslaufen und irgendwann passiert etwas durch die Automatik, die da abläuft vom Laufen und ein bisschen Aufwand, oder man muss schauen, dass man nicht umgeht, oder dass man nicht auf die Strasse rausläuft, aber mehr nicht. Ja. Also, ähm, da habe ich mich so... Ist irgendwie der Geist befreit gewesen und dann sind langsam Ideen, sei jetzt Worte, oder Melodien, oder Gefühle, oder, oder ganze Abläufe von Songs sind da... Mhm. ...han sich manifestiert und dann, äh... Ja, bin ich dann... so lange weitergelaufen, bis es klar war, für was gehe ich überhaupt ins Studio. Ja. Und dann sind die Tage dann ganz anders abgelaufen. Dann ist da etwas gewesen, wo jetzt... Das ist schon so viel gewesen. Also ich habe, ich glaube eben, die Procrastination ist manchmal auch dafür da, weil du keine... Also, weil es fehlt so das bisschen, das inspirierte Gefühl von... Ach, genau. Mhm. Das Gefühl von dort will ich hin. Und wenn das Gefühl mal da gewesen ist, ist es auch nicht mehr anstrengend gewesen, dann ist es auch lässig gewesen und ich habe, ähm, einen Haufen Zeug in kürzester Zeit ähm, zusammengebracht und so ein Song hat dann viel schneller äh, ein, äh, ein Kleid gehabt und eine klare Message. Mhm. Ja, besser als je zuvor. Das ist meine Entdeckung eigentlich fast schon vom Leben gewesen zum kreativ sein. Und das ist mega spannend, weil jetzt kommt natürlich, in meinem Kopf kommt dann natürlich die Frage, wäre das auch möglich gewesen, wenn du nicht zuerst, äh, zu viel Zeit mit sinnlosem Plug-in ausprobieren, verbraucht hättest, zum dann den Impuls zu kriegen, wo es sagt, shit, ich habe so viel Zeit vergeudet, das kann es ja auch nicht sein, und dann mit einer aktiven Handlung das auf einmal ändern. Ja, das will ich gar nicht in Frage stellen. Nein. Da weisst du sicher, einfach, dass es all diese Umwege manchmal braucht, um diesen klaren Kopf zu haben. Ähm, es stresst mich einfach, dass ich so leicht, also weisst du, jetzt auch, wo ich das weiss, jetzt, wo ich kann sagen, ich habe eine lebensverändernde Erfahrung gemacht, beim Schreiben von diesem neuen Album, ähm, in dem, eben, man kann sagen, Bewegung, nicht überlegen, es ist noch gebaart mit dem, mit der Entscheidung, ich mache das, was es gibt. Mhm. Also, wenn es jetzt halt, wie jetzt auf dem Album einen Song gibt, wo sich über, darüber Gedanken macht, ist, dann muss unsere Welt so sein, wie sie ist, oder könnte auch alles anders sein. So Themen, wo ich vielleicht früher ausgeschlossen habe, und ich fand, ach nein, es ist zu, Oberlehrermeister mässig, oder so, haben jetzt einfach ihren Platz gefunden, die Songs sind reichhaltiger worden, aber vielleicht auch, ähm, vielleicht auch weniger breites Publikum, mässig, ähm, all die Sachen, ich muss, also, habe ich bereit sein, zum zu lassen, um das nachher so erleben können, aber, ich glaube, unter dem Strich, was geblieben ist, ist, so kannst du alt werden mit, als, mit deiner Kunst, weil, so gibt's, so wird die Kreativität nie versiegen. Ja, das verstand ich, absolut. Es ist ja auch, äh, anscheinend, ich bin immer so, ein Halbwissen bin ich in so ein Zeugs, aber neurologisch, es gibt irgendeinen Zusammenhang mit Stehen und Laufen, dass die Hirne dann nochmal irgendwie andere Teile aktiviert, was du nicht hast, wenn du zum Beispiel sitzen bist oder liegst und so Sachen, oder? Und, ich mache das sogar in einer Wohnung, wenn irgendwie, keine Ahnung, früher, wo ich noch eine Regisseur gehabt habe und ich dann irgendwie meine Ideen habe mir so erzählen, ich bin nie gesessen. Ah, ja, da hast du mir sehr. So viel mehr passiert, irgendwie einfach, wenn die Körper sich noch ein bisschen bewegt, das ist übertrieben, aber einfach nicht, äh, nicht in so einer, äh, super entspannten, bluh, ich glaube, es ist so der Zwischenbereich von, eben, wir müssen sich ein bisschen, ein bisschen abgelenkt sein, ja, aber nicht so viel, dass deine ganze Kreativität da auch muss, muss dahinter. Ja, was hast du herausgefunden, wie laufend im Kopf auf die Sprüngehilfe? Wir können uns wieder mit Halbwissen füllen, ich kann davon ausgehen, das ist so, vielleicht so ein Artikel, wir wissen es ja nicht, wo jemand mit Halbwissen geschrieben hat und wir jetzt das lesen und es nachher mit Viertelwissen weitergeben. Aber, wie es halt so ist in einem Podcast, gell? Ja, das ist natürlich auch eine Beobachtung, die du sicher auch schon gemacht hast, wir können so viel hören, so viel lernen in so kurzer Zeit und, äh, wir wissen amigst nicht genau, was machen wir mit all dem Wissen? Wir sind in der Ära von so viel Wissen, aber vielleicht gleich nicht das Richtige daraus machen. Und das Gemeine ist, es ändert sich ja auch immer. Also, weisst du, zum Beispiel, ähm, ich hoffe nicht, dass das für dich so passiert, aber bei mir ist es zum Beispiel so gesehen, früher bin ich irgendwie am Umreisen gesehen und habe irgendwie gefunden, ich arbeite ein neues Programm und dann bin ich sehr oft, bin ich oft irgendwie, äh, oft mit Musik, manchmal aber auch ohne und bin eben auch einfach losgelaufen. So, und habe einfach die Sachen angeschaut und irgendwie, etwa bis ein bisschen bewusster herumspaziert. Manchmal durch die Stadt, manchmal auch irgendwie durch die Natur und, und dann nachher, bevor die Kopfhase sich Gedanken machen und bei zwei, drei Sachen bist du dann so, ah, aus dem könnt ihr Nummern machen und irgendwie, oh mein Gott, mir ist eine Geschichte eingefallen, wo ich Kind gewesen bin, habe ich jetzt gefühlt 30 Jahre nicht mehr daran gedacht. Das könnte auch lustig sein und so weiter und so fort und dann sammelt sich das so an und dann nachher bist du irgendwie zurück ins, keine Ahnung, Hotel oder Hostel oder so und dann hast du alle deine Notizen hast probiert, irgendwie so ein bisschen Ahnen zu kriegen. Und danach ist auf einmal dieser Prozess ist für mich dann auf einmal nicht mehr gegangen. Dass ich dann wirklich so, weil ich wirklich gemerkt habe, shit, ich weiss jetzt zu viel andere Sachen und irgendwie, keine Ahnung, es beschäftigt mich zu viel, dass wenn ich jetzt allein mit mir gehen gehen gehen, dass ich gar nicht mehr den Raum kriegen für das, sondern danach bin ich zu beschäftigt mit irgendwelchen, keine Ahnung, Problemen, die keine sind, aber die irgendwie nicht ganz zu wollen. Was? Ich würde jetzt mal behaupten, ich glaube, du würdest es wegbringen, wenn du länger schläft. Ja gut, das erste Mal bin ich sechs Wochen gelaufen. Ah, hast du mal so eine Jakobswanderung? Nein, nein, das ist ja nicht so. Nein, ich bin schon noch in der Zivilisation gewesen. Aber ich habe wirklich jeden Tag gefunden, ich mache das, ich mache das und es ist nicht viel rausgekommen. Okay. Und andersmals wird es mega gut gesehen. Es ist so schwierig. Das stimmt. Man hat ja auch nicht jeden Tag den gleichen Zustand, man hat nicht eben das gleiche Umfeld und das sind alles so Faktoren, wo du kannst dir gar nicht bewusst sein von all denen. Also es geht sicher auch darum, das ist ja sicher super esoterisch, aber so die richtige Konstellation und vor allem von deiner Energie, von der Zeit, die jetzt ist, von der Möglichkeit, die du hast, all das muss so richtig kombiniert werden und dann findest du die passende Lösung. Mir kommt jetzt nämlich auch gerade in den Sinn, ich hatte mal so eine romantische Idee, es war ein paar Alben, eine Vorbubble, dass ich könnte jetzt doch mal noch die Amerika-Reise machen, ich gehe nach New York, ich miete mir dort einen kleinen Campervan, und zwar einen, den du in L.A. abgeben kannst und fahre einfach einmal quer durch die USA und dann und das haben dann alle Leute auch bestätigt, hey, du wirst so viele Ideen haben, du wirst zurückkommen mit einer Million Songideen, Songnotizen und das ist natürlich nicht so gewesen. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, ich habe so viel gesehen, das hat mal meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht, dann musste ich mich manchmal auch am Leben halten, weil ich wusste, ich muss bis heute Abend noch 300 Meilen fahren, sonst schaffe ich es nicht, das war manchmal einfach anstrengend. Oder dann bin ich auf Nashville an so einem Anlass, im Bluebird Café, wo Profi Songwriter ihre Songs einander vorspielen und mein Fazit war, die machen die geilsten Songs, die es gibt, ich muss gar keine Songs bespielen, was will ich noch beitragen zu der Welt der Lieder, also auch so ein Gefühl von hey, je länger die Reise gegangen ist, desto mehr ist es gewesen, willst du dir jetzt einen Stress machen oder ist echt die unterschwellige Wahrheit von dieser Reise geniess es, du hast dir jetzt die Zeit für dich allein genommen, was auch immer das heisst, aber geniess es und erwarte nichts von dir und so, ich würde sagen, die letzten drei, vier Tage habe ich das dann erst checked, aber ein grosses Teil von der Reise ist wirklich ich muss doch jetzt einen Song schreiben, ich muss doch jetzt vor meinem Campervan sitzen, mit einer Gitarre und einem Notizblock Es ist ja eben auch oft die Vorstellung von wie etwas dann wird sein und ich glaube das ist das, was ich vorher gemeint habe, wo ich das erste Mal das Aha-Erlebnis hatte, oh mein Gott, ich laufe irgendwie mit Musik durch die Stadt und mir kommen ganz viele Ideen, dass wenn du das dann willst reproduzieren, dann hast du auf einmal schon in deinem Kopf eine Erwartungshaltung, wie das dann soll sein und darum ist es so, es ist so im Moment individuell immer anders und die Ziele, wo man sich setzt, können dann auch nochmal dort reinspielen, also weißt du, wenn du jetzt sagst, dass bei Babbel jetzt Songs dabei sind, die du früher so nicht geschrieben hättest, wie kategorisch einfach schon weggeschoben hättest, dann hilft das im einen hilft das um deine Kreativität Schranken zu gehen wo du sagst, okay, wir wollen dort durch, aber andererseits versperrst deine Kreativität auch mega viel wo auf einmal keine Ahnung was eben könnte entstehen ja, das mögliche Wachstum wird gehemmt aber hast du also, das würde ja jetzt deine Erkenntnis würde ja eben dazu führen, dass alles was kreativ sein ist, also wenn man kreativ sein als Beruf macht, dass man dann in dem Fall keine Timeline kann haben und das stimmt ja nicht also wir sehen ja ganz viele Beispiele der Prokrastinator braucht eine Timeline weil der Prokrastinator also ich zumindest äh ich habe mich immer gezwungen darum mache ich auch so viele Programme bevor ich überhaupt angefangen habe Stand-up machen kann man schon Tickets kaufen habe ich eine Premiere-Rotter ja zum einfach wissen das ist Tag X und ist das der einzig Weg zum irgendwie für mich schon für mich schon und jetzt mittlerweile natürlich ist es mehr so man hat es ins Leben implementiert dass es gar nicht mehr anders geht dass immer wieder neues Zeugs entsteht so Corona hat dann aber zum Beispiel wie so einen Tipp reingeschmissen ja weil halt eben du hast nicht du hast nicht mehr die Routine ist das falsche Wort aber du hast du hast nicht mehr den Flow vom Leben von irgendwie ah ja da kommt jetzt das und da kommt jetzt das sondern du hast einfach mal gedacht oh was in zwei Jahren ist keine Ahnung genau und die ganze Welt auch also es ist so kollektiv gesehen boom oh schau jetzt wir bekommen wieder ein Input über my creative process start ja genau genau so sieht es im Fall bei mir aus aber ich glaube aber auch das in dem Fall noch bei anderen ja also das ist jetzt so wenn man würde sagen für die die nur hören wenn man sagt der Balken ist einen Meter lang dann sind 80 cm Prokrastination 15 bis 17 cm Panik und der letzte Teil ist all of the work whilst crying aber ich meine aus der Musik höre ich so oft und ich glaube das ist genau das gleiche wie eben oh shit ich habe in drei Tagen Premiere und ich muss noch irgendwie eben dort noch etwas umändern oder was weiß ich in der Musik höre ich so oft von Leuten die sagen es gibt irgendwann einen Abgabetermin wo dann alles muss fertig sein und dann gibt es irgendwie noch zwei Nachtschichten und dann musst du noch Single schreiben das ist doch so ein Klassiker und das ganze Album ist so mega Selbstverwirklichung und ich habe mich selber gefunden aber dann hat es von der Plattenfirma gesagt sorry aber we don't hear a single und dann haben wir so letzten Abends haben wir noch den Hit gemacht und auch dort ist es dann oft so das das Befreite das oft so ich muss jetzt noch etwas machen dann ist es oft so dann denkst du gar nicht mehr so viel darüber nach und da ist er wieder mal der komische Moment wo der Podcast unterbrochen wird für den kleinen Hinweis dass mein aktueller Solo Zero immer noch auf Tour ist kaufe Tickets und mein letzter Solo Stand auf ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen für alle Links Video wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzendbecher.ch und jetzt geht es weiter mit der Folge okay also nein etwas nimmt mir jetzt eben noch Wunder was was wir jetzt noch nie angeschaut haben oder wir haben jetzt ja die Erkenntnis Procrastination ist bei uns wichtig bei anderen anscheinend auch und jetzt könnte man aber auch behaupten wenn du ja das weisst dass das wichtig ist wieso hast du dann trotzdem immer das schluchte Gewissen in dieser Phase gäbe es dann auch die Möglichkeit als wie ein Teil von deinem Leben zu machen von deiner Kreativität die du kannst geniessen oder ist das unmöglich fragst du das jetzt mehr ja es hat jetzt für mich noch getönt wenn du da das auch schon mal durchgedacht hättest ich denke es durch ich komme einfach nie zu einer Lösung weil das ist der ewige Kampf in meinem Hirn und zwar das hat für mich mittlerweile nebst der Kreativität ist noch wirklich der Faktor selbstständig sein ja also wirklich halt einfach du bist du bist dein eigener Business so und früher noch wenn ich einen Job hatte und dann halb sechs aus dem Büro rausgelaufen bin dann ist es gesehen mir ist alles scheissegal oder und und das mega schön da kannst du es geniessen das blöde du bist dein eigener Chef sozusagen ist konstant verbunden mit schlechtem Gewissen weil man ja das Gefühl hat man könnte noch mehr und man müsste noch das und so weiter und so fort oder und da komme ich wirklich selten auf eine Lösung wie man das abstellen weil ich weiss nicht wie es bei dir ist meine Freundin hat zwei Kinder du hast selber Kinder es gibt so tolle Sachen im Leben die dich halt wirklich wie aus dem rausnehmen dass du gar nichts anderes kannst als du jetzt auf das einlässt und dann vergissst du es drumherum und das ist das was bei mir hilft ich kann aber nicht so auf Knopfdruck sagen keine Ahnung wenn ich jetzt mal einen Tag nicht so zubucht habe mit Termin da fällt es mir dann schwer es zu geniessen aber wenn ich wenn ich irgendwie mit wirklich mit Freunden gehen gehen essen oder mit meiner Freundin und der Familie irgendetwas mache dann ist das wie weg so also bei mir hat sich so ein bisschen die Erkenntnis ergeben dass ich vermute dass ich es wahrscheinlich nie geniessen und dass es auch eigentlich also wir reden ja jetzt davon du du hast nichts aber du wüsstest wenn ich mit dem mal und du hast nichts und du möchtest als Ziel ein neues Programm oder einen Song haben und etwas in dir weiss genau wenn ich nicht anfange dann fängt es eh nie an und das ist eine kleine Hürde und die fühlt sich eben so in der Prokrastinationswunschphase fühlt sich die Hürde unendlich gross an und immer dann wenn ich es gemacht habe und ich einfach fand ich jetzt tue ich gleich es ist jetzt zwar mega unromantisch aber ich komme jetzt in das Studio und ich fange jetzt gerade an mit mit dieser Songidee dann fühlt es sich eben ein kurzer Moment fühlt es sich schrecklich an das jetzt einfach einfach so so ohne den Spark anzufangen und dann aber im nächsten Moment ist da ein farbenfroher Tag und am Ende vom Tag ist sogar noch etwas dabei rausgekommen kein schlechtes Gewissen und so habe ich quasi das Problem wie kann jetzt immerhin schon runter verkleinern auf wie schaffst es diese Hürden zu überwinden die vom Merksatz wenn du nicht anfangen dann fährt es gar nicht an und dort bin ich natürlich froh um Inputs also dort habe ich für mich gemerkt es es ist wahrscheinlich so das das Perpetuum Mobile bei mir fährt es gar nicht mehr wirklich an sondern es ist konstant das ist eigentlich meine Erkenntnis gesehen und ich glaube nachdem ich für das erste Programm ein Datum hatte habe ich dann sehr schnell irgendwann gefunden ich will ein neues Programm machen und dann habe ich gemerkt ich komme in einen Rhythmus von sobald ich weiss jetzt schon wann Premiere ist von meinem nächsten Programm obwohl ich letzten Herbst Premiere hatte mit dem jetzigen so und das ist auch schon abgemacht mit dem Theater und die Daten stehen und das ist für mich so es ist nicht das haben wir jetzt gemacht anliegen fertig und ich bin konstant in dem Ding und das macht es für gewisse Sachen wirklich einfacher dass man eben nicht die Hürden die habe ich nicht mehr ich habe schon in meinem Kopf gerade nach der Premiere denke ich so okay gut gelaufen aber ich kann das besser ich weiss das nächste Programm wird noch besser und ein halbes Jahr später bist du so so gut kriege ich es nie mehr an dann kommen natürlich das hin und her aber wirklich die Hürden von ich muss wieder etwas Neues machen und ich weiss gar nicht wie anfangen das habe ich nicht mehr sondern kurz nach der Premiere bin ich an Open Mic und habe eine Viertelstunde improvisiert und in dieser Viertelstunde habe ich so zwei drei für mich sind es immer Nuggets du findest so kleine Gold Stücke Neues und dann denke ich so ach die habe ich schon das sind coole die mache ich jetzt in meinen Säckchen und dann hast du das Gefühl shit ich habe gar nichts und das finde ich bei Musik finde ich das immer spannend es gibt oft habe ich schon gehört gibt irgendwie du willst ein neues Album machen und dann machst 30 Songs und dann sagt man okay 10 soll aufs Album und dann entscheidet man sich für 10 und die anderen 20 sehr selten werden die noch verwendet ja die hast dann weg geschmissen und ich bin so ein Fan von wieder besuchen revisiting das heisst ich habe mittlerweile so einen Park an Ideen und Jokes und in einem Tryout ist vielleicht mal etwas vorgekommen dann habe ich es aber weggeschmissen das ist ein guter Input meine Kreativität hat sich dann auch wieder verändert dass ich dann 5 Jahre später eine Idee anschaue und dann auf einmal den Zugang zu deren Idee dass ich so denke ah das könnte ich ja keine Ahnung in diese Geschichte noch reinpacken genau es gibt dir einfach eine Grundlage es ist etwas das schon angefangen ist es gibt dir eine Grundlage und macht dadurch die Hürden nicht so gross weil du kannst auf etwas reagieren genau es ist ja nicht nichts da da gibt es übrigens bei der Musikwelt so eine Spotify für Musikproduzenten das heißt Splice Splice ist eine Sample Library also eine Datenbank von Musikfragmenten durchkaufst dort ein Abo und dort hast du Beats drauf Akkorde oder dann kannst zum Beispiel eingeben ich suche ein indisches Tabla Spiel in dem Tempo dann gehst du ein Tabla 98 BPM und genau Splice und dann gehörst das und wenn dir das gefällt dann kannst du das in deine Session reinziehen und verwenden und am Anfang wo das aufkam ist dachte nein es ist der Anfang vom Ende da kommen die Leute einfach ziehen sich etwas zusammen und dann haben sie ihren Song und dann ist mir tatsächlich man würde es nicht denken beim letzten Sina Album so gegangen dass wir einen Song zusammen hatten und wir wollten etwas mit Blösen machen und ich habe die Tonart gewusst und ich das eingegeben die Tonart vom Song und Horns und es kam so eine inspirierende Phrase und die hat dem Song so Leben eingehaucht dass ich gemerkt habe das ist genial die kleine Hürde ist schon überwunden da ist etwas und du reagierst drauf du kannst durch steppen und du hörst einzelne Klänge und irgendeinem fährt sagen dann fährt mir das und das ist Teil von dem und dann war und für das bin ich dann mega dankbar eben dass du eigentlich wie dass ich dann das ist quasi das der Pool von Sachen wo du sagst wo du dann nicht mehr musst wo das Blatt nie ganz weiss sein ja du hast eine Basis und das ist schon vielleicht eines der besseren Tools zum können nachher nicht den ganzen Tag nur das Plug-in aus zu bekommen aber ich glaube das hat sich ja auch etwas verändert du weißt es sicher besser ich habe das Gefühl von etwas draussen gesehen dass in den letzten Jahren in der Musik war der Trend lieber bringst alle Wochen einen Song raus und probierst immer alles am köcheln zu lassen und mal eine IP vielleicht und jetzt kommt aber wieder mehr Trend zurück zur Alpen ist wahr das habe ich noch nie so mitbekommen also was ich mitbekommen habe weil ich es selber auch gemacht ist dass man wieder Schalplatten macht 50 Stück limitiert 50 11 ganz kleine Stück aber es sieht natürlich im Vergleich zum kleinen CD sieht einfach wunderschön aus und dort merke ich schon ein grösseres Interesse aber auf der anderen Seite also jetzt bei dem Album haben wir bewusst dass es über eine längere Zeit nicht als Album raus geben weil also gehen wir davon aus dass es wichtig ist dass du mit einem neuen Song kannst auf Spotify Playlist landen dann ist die Chance dass du auf der Playlist landest grösser wenn der Song neu erscheint als wenn das Album mit 12 Songs rauskommt und du drei Monate später sagst ich habe jetzt noch einen Single ausgekoppelt weil für einen Streaming Dienst ist das so nein das Album ist schon lange draussen das Lied gibt es schon lange da das kommt sicher nicht auf eine New Music Playlist nicht auf ein musst du gehört haben was immer das ist entdeckt worden und darum solange das so ist der Trend wahrscheinlich noch nicht ganz gebrochen auf der anderen Seite haben wir aber junge Künstler immer gesagt also wenn ich gesagt ich mache ein neues Album habe ich auch schon gehört ich will auch mal ein Album machen ja also weil sie gar nicht so aufwachsen und weil Plattenfirmen wo ich mein erstes Album gemacht 2003 dann ist Sony Music gekommen gesagt wir haben ein Budget einen hohen vierstelligen Betrag und wir möchten das Album produzieren es müssen so und so viele Songs drauf und jetzt gehst los und machst das und das gehört heute eine junge Künstlerin gehört das heute nicht mehr gehören machen mal einen Song schau mal wie der performt zum wie viele Follower du kannst reinziehen und ich glaube dort ist der Wunsch das Vakuum ich würde auch gerne mal eine Kollektion von Liedern machen die zusammen gehören die eine grössere Geschichte erzählen als persönliche Wahrnehmung weil Vinyl ist zum Beispiel ein grosses Thema und ich meine wegen einem geilen Song kaufe ich keine Platte sondern ich will die Sachen die ich auch nachkaufe an Platten sind Alben die ich wirklich im Gesamten früher toll gefunden habe weil ich finde es muss sich lohnen dass ich die Platte auflege und und dann auch mal Liam Gallagher redet immer von seinen Fillers wo immer sagt yeah we got four hits and the rest are fillers aber dass ich auch so den filler noch gern los ja das ist eine schöne Erinnerung für mich ist eine Erinnerung an früher dass ich Alben gelost habe und da es die Songs drauf hatte die die etwas bedeut haben aber niemand andere hätte gekannt aber für die Geschichte von diesem Album war das dann gleich ganz wichtig und so etwas kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen dass das einfach verloren geht wir bleiben ja Menschen so schnell geht die Evolution nicht dass wir keine Gefühle mehr haben keine Sehnsüchte mehr haben und ich schätze auch darum ein Album ich denke das ist ein kreativer Prozess was auch immer zu diesem Album geführt hat das ist ein ganzes Ding und für mich ist das sehr nahe an dem Solo Programm das stimmt das ist sicher auch immer ein Abschnitt genau mit dieser Kollektion ja für mich ist das bei dem Album mehr denn je weil ich das so zugelassen habe dass das passiert was mich beschäftigt und es hat bei mir angefangen mit dunklen vorzusehen also gerade nach der Corona Pandemie wo Krieg in der Ukraine und langsam das Bewusstsein von Erderwärmung ist passiert und wenn nichts machst dann geht alles kaputt und so also so ein Gefühl von Schwere die über mir gelastet ist ich habe ein paar Songs die noch viele von dem haben so eine Frage wir wissen doch alles wieso machen wir nichts tun wir so wie wenn wir trotzdem immer noch einfach wie wenn wir müssten halt jetzt einfach so weitermachen wie bisher also die Schwere hat mich erdrückt ich auch gar nicht gewusst wie das Song soll tönen dass man es überhaupt noch hören ist doch so tragische Gedanken und aber schlussendlich den Weg zu finden durch so Emotionen und Lieder entstehen die dann als ganzes die gleiche Balance haben und vielleicht auch Hoffnung haben und Lust auf Veränderung das geschafft zu haben das gibt mir ein schönes Gefühl weiter machen und das ist auf dem aber mehr passiert denn je ich glaube weil ich zugelassen habe dass das alles themen sollen sein ja es kann ja in der Schwere kann es ja ein Antrieb sein weil ich zum Beispiel habe gemerkt Wut ist früher eine Emotion die ich immer weg lassen habe das hat in Comedy keinen Platz und dann habe ich gemerkt Wut ist ein super Antrieber um etwas zu machen was überhaupt nicht mehr wässig ist auf der Bühne und ich glaube in der Musik zum Teil auch dass die Emotion die man ursprünglich hat gar nicht unbedingt die ist die am Schluss das Ergebnis ist aber es war der Antrieb um etwas zu machen um so befreiter über sich lachen das vorher auch mal zugelassen hat genau das ist interessant weil dein podcast feelgood podcast nennst kann man darauf schliessen dass du in harmoniesuchenden eben nicht zynisch und alles bitterbös verarschen Seite hast etwas was aber unter Umständen Comedy könnte erschweren absolut aber da muss ich immer zynismus habe ich früher gedacht das ist etwas mega geiles als ich jung war habe ich wirklich so gedacht super und was wirklich mein Leben verändert hat ist jetzt muss ich schnell einen Exkurs machen Conan O'Brien kennst du sagen wir mal Conan O'Brien ja klar der hat 2009 hat so einen riesen fallout mit seinem damaligen Sander wo es darum ging wer bleibt jetzt beim Sander Jay Leno oder R was sind die beide was bei NBC war und dann ist sehr schnell klar gewesen Jay Leno bleibt und Conan O'Brien muss gehen kriegt eine grosse Abfindung dafür und danach hat er die letzten zwei Wochen das ist etwas vom Geilsten das ich je gesehen habe seine letzten zwei Wochen von Sendungen die er gemacht hat absolut übertriebene Sketches gemacht die auch gegen NBC geschossen haben und so die gefunden wir machen jetzt eine unlustige Sketch die einfach teuer sind die die Firma viel Geld kostet und darum haben wir einen neuen Charakter Bugatti Veyron Mousse und es ist ein Bugatti Veyron der Mousse Schnauzer vorne hat es ist nicht lustig es ist einfach teuer und so weiter und dann ganz am Schluss hat er eine Rede gehalten an alle jungen Leute ich bin riesen Fan von ihm und schaue das und dann sagt er seien nicht zynisch zynismus ist my least favorite quality of people so sondern wenn ihr nett sind und zu Leuten nett sind und einfach das machen was ihr wollt es werden euch tolle Sachen passieren so oder und er ist für mich so wirklich das Parade Beispiel gesehen weil er hat dort wieder Tiefpunkt gehabt vor seiner Karriere aber alles was danach passiert ist ist für ihn umso besser gesehen und er hat das wahrscheinlich schon gewusst was auch immer passiert es kommt gut mein Leben ist jetzt nicht vorbei weil ich nicht mehr mit dem Sander weißt wie ich meine so ja er ist schon Riesen-Live-Tour gemacht was er sonst nie hat können machen weil er immer Fernsehsendungen gemacht hat und dann hat er in Eigenproduktion eine neue Fernsehsendung machen bei einem anderen Sender jetzt hat er einen von der erfolgreichsten Podcasts weltweit und so weiter und das ist mir so blieben dass ich wirklich gemerkt habe Zynismus an sich mein Sarkastisch ist wieder etwas anderes aber einfach nur böse für der Bösheit Willen Bös ohne Lösung habe ich gemerkt bringt er wirklich nichts und wie hat sich das dann also weisst so zu was hat das oder hat das bei dir dazu geführt dass du etwas wo du sonst immer so gemacht hast dann anders gemacht hast absolut auch im privaten Leben das irgendwie bei mir Empathie entwickeln und ich glaube vorhand nicht kann und man hat sich auch überlegt vielleicht zum Teil fast zu viel was könnte das beim anderen Menschen auslösen und es ist dann eine Zeit lang ist dann fast zu fest in die Richtung gegangen dass ich dann gemerkt habe jetzt bin ich fast nicht mein eigener Mensch sozusagen ich bin nur noch konstant in so einem Funktions Ding ich probiere möglichst es allen recht zu machen harmonie bedürftig und durch das auf einmal die eigenen bedürfnisse so fest zurückschraubt dass man merkt mit dem bin ich aber nicht happy und es ist natürlich sehr schwierig dort eine Balance zu finden aber schliess schliesse der kreis dass ich gemerkt habe aha ich habe ja trotzdem noch die Emotionen in mir und die kann ich einfach anders brauchen und verwandeln dass etwas wo Wut in der Basis ist nicht in einer zynischen 10 Minuten Rant auf der Bühne endet sondern irgendwie die Wut ist der Antrieb gesehen für das und dann am Schluss in der Geschichte bin trotzdem ich der absolute Depp weisst irgendwie so dass das sich verwandelt in der Musik heisst es immer die besten Balladen werden im Liebeskummer geschrieben und die sozusagen negativen Gefühle wo ich in dem Fall schwere ich dann eher dort hinein weil es eben so in dem Moment vielleicht so etwas Erdrückendes hat und man findet macht das überhaupt Sinn dass ich jetzt Musik mache wenn ich mir das alles so überlege dass das dann gleich wieder der Antrieb ist dass ja doch genau wegen dem mache ich das jetzt und ich schaue was daraus passiert Es ist eigentlich noch spannend dass es vielleicht auch etwas gewesen bei Babbel wo passiert ist wo ein Antrieb also sehr eine kreativitätsförmende Seite war wenn ich mein ersten Album geschrieben habe die meisten Songs sind noch aus einem ersten Herz aus einem ersten gebrochenen Herz der zu Songs für die Fundus gekommen und dann später als ich in einer glücklichen Beziehung war und mir eine Familie gegründet hat es wirklich Momente in dem ich dachte dass ein Song doch ein Problem haben dass es dann auch die Erlösung geben die sich so toll anfühlt und habe das noch schwere Challenge gefunden aus dieser happy Situation und dadurch dass jetzt all die Gedanken über was passiert mit der Welt und mit den Menschen in dieser Welt können wir etwas daraus machen aus all dem Wissen oder wissen wir es einfach und machen nichts das hat doch viele Problemstellungen gegeben und das hat sich gut angefühlt beim Song geschrieben die Frage ist nie mehr gekommen ja kann ich krass jeder Song hätte eine Erlösung geben und das ja da weiss ich nicht wie das wie das schuss gewesen wäre wenn es das nicht hatte zu was für Songs das es dann geführt hätte ja und das ist das ist immer die grosse Theorie Frage was war wenn und wie auch immer und schön finde ich dass es dann einfach wenn so ein Album draussen ist dann ist es so ist es gesehen und das ist wie so ein kleiner Spiegel von dir und deiner Situation wo du dich auch immer drin befindest und das ist schon nur fürs eigene sein ist das ein schöner Zeitstempel das stimmt aber jetzt ist mir noch sicher bin dann gleich es hat so Momente gab es auch wo das Album fertig war wo ich dann gleich noch fast verzweifelt wäre aber das hat damit zu tun dass ich nicht nur das Bubble Album gemacht sondern allein geschloss allein spielen ein Solo Programm zu machen ohne Band ohne einen Bassist der den Unterbell liefert ohne einen Drummer der einen schönen gleichmässigen Rhythmus hat und du kannst einfach drauf abhucken habe ich und aber gleichzeitig auch im Wissen dass ich schon mal Solo gespielt und bin dann aber meistens nur ich und eine Gitarre gewesen also dass es irgendwie es muss mehr sein als das nur eine Gitarre und Gesang aber es ist sicher keine Band und das sind ganz viele Ideen von ja du könntest einfach irgendetwas am Boden haben wo du kannst den Takt drauf klopfen du könntest die ganze Looperei machen wie sie Ed Sheeran macht du könntest aber auch eine Mischung machen wo du noch Tracks also Spuren auf dem Computer wo du kannst per Fuss starten die könnten der Grundlage sein für etwas wo du dann aufbaust dann habe ich will auch am Klavier Sachen machen und ich will aber die Möglichkeit haben das Klavier gar nicht gehört sondern das Klavier macht Harmonie vom Gesang oder dann drücke den Knopf und tue T-Pain mässig mit vollem Autotune und brauche dann quasi die Stimme als Synthesizer das sind lauter so es war wie ein Katalog von Sachen die ich unbedingt in in einen Klang bringen und habe dann angefangen nachdem das Album fertig war die Bubble zu konstruieren einen Perser Teppich 2,5 und 2,5 Meter Platz für den Computer das Keyboard und all das muss zusammenspielen es soll die Zuschauer oder Zuhörerin Zuhörer dürfen nie finden wow ich kann mega gut Gerät bedienen sondern sie müssen finden alles ergänzend sein alles muss vereinfachend sein sodass man noch mehr geniessen die Wirkung des Lieds aber das zusammen zu bringen sodass jeder Knopfdruck auch das auslöst und er soll auslösen und dass die Sachen synchronisiert sind und dass es wenn es nicht klappt auch noch einen Ausweg gebt daraus und so das hat mich bis kurz vor Weihnacht beschäftigt und hat mich wirklich eine Zeit lang so fertig gemacht weil es so kompliziert ist dass das dann so smooth ist dass ich irgendwann mal mich habe befreien wenn das nicht geht dann nehme ich einen Bar Hocker und eine Gitarre mit aber das hat dazu geführt dass ich Ende Jahr recht fertig bin mit meinen Nerven und was ist jetzt die Lösung hey und die Lösung war ich habe Glück es hat alles funktioniert ich habe so ein kurzer moment wo ich dachte wenn ich das also etwas nach einer halb stunde spielen ist immer gewesen wenn ich dann den nächsten song will spielen dann plötzlich funktionieren alle Umschaltungen nicht mehr nach einer halb stunde ist jedes mal hat es wie einen knopf in der leitung gegeben und ich keine Ahnung gehabt was von diesen Element liegt es an MIDI computer usb was einer kombination die ich gemacht die man vielleicht nicht so machen und dann habe ich beschlossen eine umdenkung zu machen das alles anders zu konfigurieren und seither ist immer zwei stunden lang gegangen und ist nie mehr schief gelaufen die Lösung war ich habe eine Lösung gefunden ich habe nicht nur mit der Gitarre spielen und habe dann meine Tour mit all diesen Ideen und finde jetzt aber langsam auch jetzt funktioniert all das du könntest mega rumbluffen mit deiner Märklin Eisenbahn aber ich lasse je länger je mehr die puren Nur Gitarre und Gesang Songs wieder rein weil schlussendlich ist es ja nur wichtig in den Momenten wo das nicht reicht oder wo es droht zu gleichförmig zu werden noch etwas zu haben und nicht die ganze nur zu bluffen mit seiner ganzen Leucht Parade das finde ich einen extrem spannenden Aspekt wo ich durfte reinhosen ins Album wo ich super spannend gefunden habe du hast vorher zum Beispiel Ed Sheeran erwähnt und ich meine gerade seine letzten paar Songs sind sind so extrem in andere Musikstile schon fast produziert worden und dann hörst aber irgendwann mal ihn nur mit der Gitarre und sagst aha so hat er diesen Song geschrieben und das Ende Ergebnis ist dann in der Disco Haus Stampfer weißt du oder und ich finde das Album mega geil produziert also es ist richtig richtig schöne Klangwelt die entsteht und hat dann aber auch spannend gefunden zu überlegen wie würde er tönen wenn es nur du mit der Gitarre bist wie er wahrscheinlich geschrieben worden ist ja das ist es geht mir auch so dass ich so einen Song also letztes Jahr ich zum Beispiel den Song Bad Rio Tokio der ist sehr der ganze Hook vom Song ist auf einem Oberheim synthesizer 80s synthesizer gespielt quasi wie konstant der begleitet genau und gibt dem Song was ich sehr toll finde dass an dieser Produktion auch das träumerische ich träume mich weg von Bad Gefühl und trotzdem habe ich ein letztes Mal in einer Situation nur eine Gitarre hatte auf der Gitarre spielen und ganz selber zuerst wieder ausprobieren was ist der erste Chor wo geht es hin und einfach ad hoc etwas ausdenken und dann im Spielen habe ich aber eine Kraft entdeckt die entsteht zwischen dem wo das singt und dem wo das Gefühl auf der Gitarre dann spielt es vielleicht intensiver weniger wird ein bisschen läuter im Refrain also die Nuancen werden so wichtig und so zentral und dann ist mir wie so eine Welt aufgegangen von all das kann Solo spielen eben auch sein mit den Nuancen spielen und das hat so eine Bereicherung gegeben auch zu der technischen Seite dieser Babo einfach wissen ein Instrument aber das von 0,00 bis 100% auskosten kann wenn für die Leute sie müssen sich ein bisschen mehr drauf einlassen oder sie kommen nicht einfach nur so einen fertigen Hollywood Film zu liefern aber wenn das passiert wenn du kannst am Konzert so eine Stimmung kreieren wo man Lust hat einzutauchen dann habe ich das Gefühl kann dass so eine Tiefe haben die Hyper Produktion nur schwer herbringt ich denke vor allem live ich finde nichts geiler wenn ich ein Konzert gehe schauen und zwar geil auch mit 2% Frustration dabei ich gehe ein Konzert schauen und ich höre diesen Song so live und ich bin so wow das ist es die Stimmung wurde so erzeugt es hat mich voll rein genommen und dann ist anders als auf dem Album dann gehe ich wieder auf dem Album losen und denke dann immer an das Konzert zurück und denke 2% Frustration oder Enttäuschung oder wie man es nennen es ist nicht wie bei diesem Konzert aber der Song behaltet mich natürlich das finde ich eigentlich das geilste ich glaube das ist auch der Moment wo ein Künstler auf der Bühne steht auch wahrscheinlich etwas macht was vielleicht essentiell ist für das Live Musik machen nämlich den Moment ein atmen und den Raum wo du bist wahrnehmen und dann vielleicht im besten Fall anders spielen oder so spielen wie sein Einklang mit dem Klang von dem Raum einfach ideal ist und dann eigentlich ein Lied neu arrangieren sodass es nur in dem Moment mit den Leuten mit den Nebengeräuschen so werden wie es dann wurde das finde ich etwas wenn das gelingt mega geil und was aber für alle die das kennen wir sind doch in der Ära vom In-Ear Monitoring habt ihr schon gehört von ich weiss nicht ob du für Comedy braucht nicht In-Ear Monitoring ich brauche keinen nein aber das Konzept ist mir bekannt du hast quasi die Mischung Perfekte Sound Stereo sogar mittlerweile mit 3D Sound hast Musik im Ohr das Publikum wird noch ein bisschen dazugemischt aber eigentlich bist du abgeschotten von der Welt und dort passiert etwas wo ich nicht gut finde das ist noch ungelöst für viele ist das ungelöst du hast deine In-Ears an du bist in deiner Sound Bubble du gehörst die Leute aber du kannst sie nicht genau ordnen was jetzt passiert und dadurch dass du einen Kopfhörer hast hast du den Sound du mit jedem Kopfhörer hast wenn du selber rätst hast du immer so also die Resonanz vom Körper die immer mitschwingt und die macht etwas mit dir dass du einfach geschlossen bist und das hat sich immer mega schwierig angefühlt um dann den Idealzustand vom Einschnaufen vom Moment vom Einzigartigen zu erzeugen und hat bei mir dazu geführt dass ich in ganz vielen eigenen Konzerten immer wieder das Teil abziehen aber auch in Projekten mit anderen Bands wo zum Teil eben die Grundlage ist alles mit In-Ir-Monitoring und so dass ich dann einfach gemerkt hey nein der Abend ist so viel Fantasievoller so viel einzigartiger wenn ich das Teil abziehen Sonst könnte es sein wie die Studio Produktion unter sich du Du bist im Bandraum und die unsichtbare Wand wird fast sichtbar Ich sehe es sehr oft bei Festivals und Konzerten sehe ich die Leute irgendwann vor allem wenn sie zwei haben du sagst komm eins muss raus dann spüre ich noch die Umgebung ja und am liebsten gar nicht erst drin haben natürlich mit allen das wir wissen die Musiker von heute wissen natürlich oder Musiker die den ganz weh gemacht haben von Monitoren die Pfeifen haben und saulaut waren und trotzdem hast nichts gehört also ein Drummer hinter dir hat der mega laut auf die Becken schlägt sodass du einfach taub bist von dem am Ende des Konzerts all das ist natürlich ein Grund wieso man In-Ear Monitoring favorisiert hat aber für das wichtigste für die Leute hat es eigentlich nichts genutzt und das finde ich eine krasse Zeit von Hyper Technology alles ist so technologisch für alles gibt es eine technologische Lösung und aber das ist nicht besser also dass etwas besser wird ist nicht garantiert Das finde ich zum Teil auch schwierig bei so ich sage jetzt mal alles ab mittelgrossen Produktionen in der Musik wenn es jetzt um Live geht ist mir schon klar wenn jetzt Taylor Swift gehst hörst dann ist das ein Pondor wäre in einem anderen Musikbereich aber es wäre Helene Fischer alles durchgetaktet es ist genau klar was wenn wo passiert Costume wechsel so aber ich rede jetzt vor kann ich bei Sam Fender schauen zum Beispiel und dort habe ich mich recht gestört dass das auch so durchgetaktet ist dass wirklich genau der Beat eingezählt wird auf dem In-Ear damit im richtigen Moment die Video wie man es auch immer nennt die Lyrics auf der Videolinewand alles zeitgleich läuft wo ich denke mir als Zuschauer nimmt das die Echtheit von was jetzt passiert ist einzigartig und hast du das Gefühl das ist in der Comedy Welt ist man sich bewusster in der Stand-Up Comedy Welt oder gibt es dort auch wenn man keine Sinier anhört auch dort gibt es wie beides große Unterschiede ja dort gibt es wie beides dort gibt es so ich bin mal Kevin Hart bin ich in Amsterdam schauen und dort habe ich gesagt das war wie Helene Fischer gesehen also weisst das ist so für mich bei dem ist jede Bewegung jede Betonung der 300 Mal hat das solo gespielt alles durchgetaktet gesehen es ist auf der Performance gesehen absolute Performance und andere siehst dann und wenn wir vom gleichen Level reden von Bekanntheit bin ich Bill Berger schauen wo dann in der Mitte von seinem Set sagt das gehört nicht zum Programm ich erzähle jetzt auf die Geschichte weil ich bin hier in Berlin und das ist mir gestern passiert so das ist so freier so oder und auch in der Schweiz merke ich es gibt Leute die haben es wie ein Theaterstück wo sie als Stand-up Comedian performen und dann gibt es andere Zähle eher ich dazu wo ich mich auch bremsen so finden vor allem mit dem jetzigen Programm bleib ein bisschen bei dem Programm ja nicht verzetteln das kann dann natürlich passieren gang nicht zu fest davon weg also da ist noch nicht Aufnahme gesehen aber ich vergliche es immer mit Jazz für mich ist du hast ein Grundthema und in dem geht es noch etwas näher hin und ich habe Freude ab dem und gerade weil Comedy auch etwas ist wo du effektiv zu den Leuten kommunizierst du die vierte Wand durchbrechen es ist nicht ein Theaterstück ich rede mit dir im Publikum finde ich muss das auch passieren dass die Echtheit spannendes Thema einfach auch jetzt gerade für wie Menschen heute aufwachsen es nennt mich jetzt auch noch was du dazu meinst ich habe letztendlich einen Forscher gehört über reden dass in seinen Forschungen hat sich ergeben es um Improvisation gegangen um Spontanität dass in vielen von seinen jungen Probanden ist der Wunsch nicht müssen sofort reagieren auf eine Frage oder auf irgendetwas was dir begegnet sondern noch zuerst ein SMS also eine Kurznachricht formulieren und sich zurückziehen rausnehmen und dann abschicken oder auch Sprachmemo einfach nicht gerade müssen reagieren das hat sich in dieser Forschung sehr fest zeigt dass man heutzutage Mühe hat damit es fühlt sich nicht lässig an müssen improvisieren und dann auf der anderen seite ist da Miles Davis wo seine Musiker immer gesagt hat du musst immer über das hinweg gehen wo du willst spielen unser Ziel von unserer Band ist dorthin zu gehen wo wir selber nicht wissen was passiert und das bedingt dass du mega zuhören und einordnen gerade instant einordnen was ist da was könnte es noch brauchen was braucht es nicht und das finde ich faszinierende fähig ich liebe leute gut improvisieren ich mache selber mega gern ich wünschte mir ich müsste jeden abend irgendwo in einer beiz gehen songs spielen wo sich die leute wünschen ich habe das gefühl das würde mich so lebig machen und wenn ich dann so etwas höre dann bin ich gespannt was heisst das ist das ein Trend auf der Welt dass man nicht improvisieren kann oder gibt es Hoffnung sehr spannend also wie alt sind die Probanden gesehen ich weiss nicht das ist nicht mal nur Halbwissen das ist so wenig wissen dass ich ähm ähm also es ist dann eben ein paar äh am Ende dieser Geschichte ist der 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 erzählt hat dann eigentlich heraus gelaufen dass die grösste Rede unserer Zeit nämlich die von Martin Luther King die I have a dream war dass das eine Improvisation war und er erzählt dann aber darüber dass Martin Luther King eigentlich das Gegenteil von einem Improvisator war da seine Reden mega ausgeschrieben und aber an dem Tag wo er diese Rede gehalten hat hat er schon wollen man weiss wie die gegangen wäre sehr trocken gewesen und vielleicht hätte die nie den Impact gehabt dann sagt Mahalia Jackson so eine Unruhe gegeben in der Menge und Mahalia Jackson war auch auf der Bühne und sie rief dem zu tell them about the dream und in dem Moment hat er das Element für genommen von I have a dream und hat dann dadurch die beeindruckendste Rede gehalten die man jahrelang immer gemeint hätte die Säge so perfekt komponiert gewesen und das ist schlussendlich der ganze Rahmen von dieser Geschichte wo der Professor auch noch ein Teil davor war aber einfach ein Bledoyer für Improvisation für Momente einschnaufen für Zuhören das hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht Ich habe ein Buch gelesen über Improvisieren im Leben weil du ja eh nie kannst planen sprich du kannst planen aber es kommt nie so wie du gedacht hast und lieber probierst du zu implementieren dass du erwartest dass Sachen nicht so raus kommen werden wie sie geplant hast und dass du dann halt so kurz den Moment hast ok jetzt ist halt so und was machen wir jetzt und das ist dann eigentlich schon eine Form von Improvisation nämlich der Tag heute ist nicht so gelaufen wie mal ursprünglich gedacht und klar das kommt wieder zurück zu dem prokrastinations ding das ist ja dann in dem moment auch wenn du im studio bist und sagst ich muss das plug-in ausprobieren das ist auch eine Form von improvisation weil die planen ein andere gesehen oder ich lähe mich ein auf meine leiterste sehnsamacht zu hängen aber ist das Buch empfehlenswert es ist ein kurzer read es ist nett es ist nicht lebensverändert aber ich habe für mich durch die komedie habe ich wahnsinnig viele sachen gelernt die ich im leben anwenden und improvisation ist ein Teil und es gibt wirklich die sorten von Zustand wo es wäre das schlimmste wenn man sagen ich komme zurück auf die Frage schon nur wenn du das im Hirn machst schon nur wenn du im Hirn auf der Bühne anfangen zu überlegen was könnte ich jetzt antworten oder was könnte ich jetzt noch dazus sagen schon das ist zu viel Zeit sondern Grundregel in der Improvisation ist nicht nachdenken und immer yes and also das quasi vor allem in so Impro Spiel und Impro Theater ist es eigentlich immer wenn du sagst wie du ja weißt bin ich ein von der Bundesrat dann sage ich nicht nein das stimmt nicht weil dann ist die ganze Improvisation schon am Arsch dann sagst du ja natürlich ich weiss noch genau wie du wie du damals mit Adolf Oggi und er gesagt hat du bist der jüngste Bundesrat den ich jemals gesehen habe und so weiter und so stimmt das ist auch musikalische Improvisation genau dass du dich nicht versperrst wenn jetzt jemand etwas anbietet dass du nicht abbrichst und sagst nein sondern findest aha ok mal schauen was wir machen ich habe etwas anderes vor ja genau es ist ähm es ist mir ist aber noch etwas in Sinn kam weil was ich noch einen coolen Twist finde ist wenn du kannst das gelingt mir nicht jedes mal aber wenn du irgendetwas aufnehmen was passiert ist am Anfang des Konzerts und du kannst es trotzdem so speichern dass du nicht die ganze Zeit darüber nachdenkst aber im richtigen Moment bringst es wieder füllen und es wirkt dann so wie wenn es mega am Plan gewesen wäre von deiner ganzen Show aber du hast es geschafft im Moment sein und aufzunehmen aber sogar du hast es geschafft eine Zwischenspeicherung zu machen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen das ist gold das finde ich mega cool wenn das geht das sind die schönste Momente das sind die Nuggets die du findest dann dann hast dann hast sogar noch einen spannungsbogen einen längeren spannungsbogen gespannt und darum eben zum zurückkommen auf den Trend den ich gesehen habe bei ein paar Konzerten das wird alles wie von Anfang an weg genommen weil eben wenn eh schon die Plugins von Videoleinwand und was weiss ich wenn das alles läuft dann kannst nicht sagen hey komm wir machen nochmal wir machen nochmal noch länger oder ich weiss doch auch nicht ich habe zu wenig Ahnung von Musik für das aber du musst es so aufbereiten dass du zwar kannst Perfektion abrufen wenn es muss sein aber du kannst auch im nächsten Moment davon wegsteuern das ist so das ist jetzt mehr wichtig gewesen in meinem Solo Programm dass das möglich ist es geht aber eben sobald du mit Maschine schaffst ist es nicht immer immer so easy nein aber du lässt dir trotzdem den Raum dass das das kannst machen mit anderen Songs ja aber es krass wie wir leben ja so viel Zeug aber es ist gleich krass wie unendlich flexibler Menschen sind im Vergleich zu Maschinen also ich habe letztens über das nachgedacht ich habe einen Song gemacht als Demo dann habe ich alles allein mit der Maschine gemacht Drums programmiert Gitarre gespielt Bass gespielt aufgenommen irgendwie 20 Spuren und Tief ok das war was Beispiel gewesen genau und mit einer Band in einem Raum bist du ok ein bisschen schneller ein bisschen höher eins zwei drei jeder weiss was macht es wird gerade gespielt aber allein mit deinen Geräten ist es dann so ok warte jetzt mal der muss jetzt zwei bei der Spur tue scheisse wenn man es einfach rufentransponiert man muss wie sagen wir die Umkehrung der Akkorde anders gestalten damit sie in der neuen Tonart immer noch sounden ein mega Buiz und ein Kinderspiel mit einem Haufen guten Menschen ja ich habe ein paar Mal an das gedacht wo ich mit Babel zusammengestellt habe Geräte können ja nicht improvisieren ja obwohl wir leben ja jetzt es gibt sicher auch einen Beweis dafür aber wir leben in einer Zeit wo so im Volksmund geht man davon aus dass Geräte können improvisieren können denken Geräte haben eigene Meinung und das ist so irgendwie ist das im Moment so da und aber dass wir die sind die alles sagen ist ein bisschen unter gegangen hatte ich so das Gefühl hatte so im einfachen Talk Ja ich glaube gerade können also wenn man immer von AI redet und so ich glaube gerade können gut Massen produzieren so aber es braucht halt immer noch die menschliche Impulse und sicher auch ganz viele andere Sachen wie Emotionen äh grundsätzlich eben Gefühlslagen so esoterische Sachen wie Verbindungen schaffen so damit das dann auch wirklich funktioniert also die Leute fragen immer in der Comedy ich meine in der Musik genau das gleiche ja ein generischer Beat kann jetzt auch AI produzieren aber halt so so die Sachen wo die wirklich packen etwas wo die so geteckt ist ja weil es nicht das generische ist sondern es ist etwas anderes was ich nicht beschreiben über das aus einfach faszinierend dass wir das so akzeptieren aber eben wenn du jetzt künstliche Intelligenz an die Bilder herstellt oder die Texte übersetzt oder so das ist ja logisch wenn man es jetzt so sagt das ist ja alles Sachen wo wir Menschen gemacht haben wir Menschen haben mal Texte übersetzt und das ist dann dort eingeflossen also ein kollektiver Produkt von Menschen ist noch mehr eingeflossen und wird nachher auf eine clevere Schachtel kann das reagieren auf einen Input und kann dann aus dem etwas zusammensetzen aber das Grundmaterial ist alles menschen gemacht und trotzdem gibt es so einen so einen eben den Spruch so ja eben die Maschine übernehmen das kann alles an Maschinen machen es wird zu schnell gesagt aber dass wir das geben erstens mal das kann man ja schon mal kritisch anschauen und das ohne den Input gar nichts gar keinen Output gäbe das ist doch immer noch völlig logisch also ich kann darum habe ich zum Beispiel jetzt im Moment nicht so Angst vor diesen Tools also auch Tools die Songs schreiben oder Poeten schreiben oder Bilder machen das ist jetzt nicht etwas was ich das Gefühl an irgendeinem macht nur noch das das und ich muss das nicht mehr machen das sehe ich jetzt gar kein praktisch ja aber das sehe ich auch nicht also weiglich nicht okay also du hast das auch nicht so beobachtet dass so im Volksmund ist so es auch in der kommt Szene gibt es paar wo sie sagen unseren Job wird es irgendwann nicht brauchen wenn ich so finde nein weil das kannst eben nicht reproduzieren alles was wir jetzt beschrieben haben wenn du auf eine Bühne stehst mit deinen Tools und Gitarren und es sind andere Leute dort und eben die Verbindung die dich aufbaut und du bist ein charismatischer Mensch du hast eine Stimme die unverkennbar ist wenn du redest wenn du singst das alles kann man nicht reproduzieren ich finde lustig dass jetzt irgendwie Johnny Cash Barbie Girl singt weil jetzt auf eine Stimme moduliert wird das sind alles Gimmicks und in der Comedy das gleiche wo ich denke für eine Late Night Show wo es um tagesaktuelle Gags geht wo du so die Wegwerfe One Liner hast nehmen wir jetzt eine Arme Late Night Show irgendetwas wegen Trump oder so dort wird AI wahrscheinlich schon irgendwann zwei drei Autoren Autorinnen Jobs erledigen weil das ja an sich schon auf einem sehr klaren Schema immer aufbaut nämlich okay wir haben Person X mit News zum Thema Y und dann machst du eigentlich es gibt so wie Regeln dann machst du eine Tabelle was sind alles Eigenschaften von Trump und wie kann man jetzt zum Beispiel mit einem Wortspiel oder sonst irgendetwas verbinden mit deren News jetzt oder dass dann auf einmal die zwei verschiedenen Welten in einem Joke zusammen kommen und das ist natürlich Basic Poetemechanik und das ist natürlich etwas das kannst du jetzt nach Poetemechanik und das ist natürlich etwas das kannst irgendwann super gut in so einem Chat GPT Ding wenn du das richtig dort anhörst kannst du das wunderbar machen dann kannst du sagen schreib mir 20 One Liner zu diesem Thema weil du hast dann am Schluss 5 Late Night Shows und 3 haben eh schon das so wie der logiste und beste ist zu dem Thema und das wird passieren und ich meine auch so Presse communiqué und so Zeugs verstand ich alles aber die Person dahinter braucht es ja trotzdem noch um die Input zu geben wie du sagst es braucht trotzdem jemand der sagt ok welche News nehmen wir denn die Poete schreibt und das habe noch ein mega schönes also ich kann es nicht als Zitat genau sagen aber ich habe ein Buch gelesen von Rick Rubin einem berühmten Musikproduzenten wo er Johnny Cash produziert also eines der letzten Alben von ihm ein Buch über Kreativität ich habe den Weg von der Kreativität geschrieben und er hat gesagt niemand genau the creative act a way of being finde ich tolles Buch also für alle der Thomas der mit mir an dem Album hat es jetzt nicht so wahnsinnig gut gefunden also eben es ist natürlich wie alles auch Ansichtssache aber einer von diesen Punkten war du bist einzigartig und niemand sieht die Welt so wie du sie mit deinen Augen siehst also ist auch ein Song von dir ist ja immer so wie du die Welt siehst und es gibt einem Zuhörer einer Zuhörerin die Möglichkeit durch deine Augen die Welt zu sehen und das wird immer bei jedem Mensch anders sein also nutze das erstens einmal das macht es ja spannend es ist nicht spannend wenn man sagt du bist der Schweizer Conan O'Brien oder oder du tönst oder bei mir du tönst ich würde wenn ich jetzt um ich lieber John Mayer ich wäre gerne der Schweizer John Mayer aber das geht einfach nicht er spielt viel besser Gitarren als ich und so weiter aber verwirft den Gedanken eh sondern setz alles drauf den Leuten einen Zugang zu der Welt gesehen durch deine Augen zu geben und das ist für mich eine schöne Sichtweise ein schöner Satz und auch mega befreiend gewesen zum meine Musik so machen wie ich sie mache das verstand ich absolut also weisst weil bei mir wo ich angefangen habe sozusagen in den ersten paar Jahren ist in dem Punkt Dominic Deville ist für mich eine wahnsinnig wichtige Person gewesen weil ich bei irgendein auftritt ist er nach gekommen und ich habe ihn immer gefragt wie er fand und er hat gesagt die und die nummer die hat mir sehr gefallen und die ist lustigerweise nicht mal die gesehen die der mega lacher generiert hat aber die hat mir mega gefallen weil das bist du so und dort habe ich noch viele parodien gemacht und so sachen und dann hat er gesagt das können noch viele aber die geschichte das bist du so was auch immer passiert ist und das habe ich mir mega zu herzen genommen und das hat er noch zwei drei mal gemacht auch als ich im Fernsehen auftreten bin habe ihm gesagt okay ich mache dann den jok 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 dann ist gut und dann hat er gesagt mach doch eher die nummer und ich so was wieso und also ja weil das bist du weil wir haben mittlerweile 20 comedians die ihre drei besten jokes erzählen aber für das musst du nicht kommen dann können wir die anderen 19 an so in dem hot chili peppers äh an einem album schafft und irgendwie sie haben den song und das und so weiter und so fort und dann findet er irgendeinen song skizzen glaube ich habe zu wenig ahnung von dem und dann sagt er was ist das und dann hat sogar Anthony Kiedis gefunden das ist nichts das ist so was das habe ich mal für mich aber das ist nichts und das ist dann under the bridge gesehen oder und das ist dann auch auf einmal so wahnsinn song ja hat red hot chili peppers eigentlich wie weggenommen vom nur fun und crazy sein zu irgendwie so tiefen verletzlichen seelen und das album blood sugar sex magic ist für mich sogar noch eines der wegweisenden Alben weil es die mischung hatte und fun und gleich auch dem und ich glaube dass dort sind sie extrem zu sich also sie haben ihre Welt wie Farbenfrohr gezeigt und das ist ja die Einzigartigkeit das ist dann so ein paar andere Songs hat er vielleicht auch noch andere Bands machen aber dann in Kombination von so einer ist auch möglich und kommt dann aufs Album und dann sind wir wieder beim Album wo du findest das Gesamtwerk das muss man auch als das sehen das gibt dann auf einmal die verschiedenen Ebenen die Tiefe und die Mischung und ich das ist auch der Grund wieso das Album anders stöhnt als meine anderen Alben weil also einmal herausfinden was so deine Einzigartigkeit ist das kann dir passieren und dann findest du zum Beispiel wie in meinem Fall heraus dass ich das mit den Songs über Liebe auf der akustischen Gitarre bei mir noch gut rauskommt das kann man so sagen hat dann aber auch schon dazu geführt dass ich dass ich angefangen aber die Welt meine Augen haben die Welt anders gesehen ich habe andere Klänge noch müssen in meine Musik einbauen andere Themen damit ich dem dem Leitsatz kann treu bleiben dass dass die Leute weiterhin die Welt durch meine also mit meiner Musik durch meine Augen gesehen hat sich auch die Musik verändern weil ich die Welt angefangen oder einfach auch einen anderen Blick einen farbigeren vielseitiger oder auch nachdenklicher Blick und so veränderst du dich dann eben immer oder also wenn du dem treu bleibst ist die Chance gross dass du dich immer veränderst weil die Welt verändert sich du siehst die Sachen anders und wenn du den Blick beinhalten dann muss Veränderung okay sein absolut und ich glaube das macht ja dann ein gesamt wie will ich sagen ein gesamtwerk und eine Karriere erst so richtig stark weil ich meine das ist ja der Klassiker wenn wir jetzt vom One-Hit-Wonder reden ist ja sehr oft ein zweiter wo genau gleich tönt und noch ein dritter wo genau gleich tönt und das funktioniert auch noch einigermassen in den Charts und dann ist es aber vorbei ja das ist dann schwierig das aufrechtzuhalten ich glaube also auch wenn man so Biografien von Musikerinnen liest es ist nicht dass ihnen die Ideen ausgegangen sind sondern einfach dass der Blick nicht mehr funktioniert hat oder der keinen Sinn mehr gemacht ein paar Jahre später und die einen sind dann einfach weiter gegangen man gehört vielleicht nicht mehr so viel von ihnen aber die sind immer noch voll kreativ und machen ihr Ding aber ihre Blick auf die Welt ist nicht mehr massenkompatibel und die anderen verzweifeln weil sie sie wollen sie verändert sich aber gleichzeitig wollen sie genauso bleiben wie früher und sind vor einem unlösbaren inneren Gleichgewichtsverschiebungsproblem und werden frustriert und hören auf und ja mir gefällt der Weg vom Kreativen wo sich vielleicht auch zwischendurch mal aus dem Mainstream Blickfeld auch mal verabschieden weil er einfach ich schaue die Welt so an wie ich sie meine Songs töne so wie ich die Welt sehe und das kann sich verändern und dann kann es aber auch wieder zurück gehen etwas in mir hat auch mega Lust etwas total massentaugliches zwischendurch zu machen und hat auch etwas zu erzählen in dem Bereich also ich sage das nur weil oftmals reden wir ja dann über die Künste so dass sie quasi vom kommerziellen Erfolg nachher quasi immer verschroppener werden dass das der einzige Weg ist aber das glaube ich nicht und ich glaube das ist so wenn man einen schönen geschwungenen Weg einen Berg da rauf das Tal da rauf mal an einem See vorbei und nachher wieder zwischendurch mal auf dem Gipfel oben ist so habe ich das Gefühl also im Idealfall ist der auch ein Wunschtraum kann diese Karriere positiv verlaufen mit diesem Anhaltspunkt aber das sehe ich absolut und ich finde einerseits mega schön dass du dass du das machst dass du das kannst machen ich finde das Album wirklich sehr sehr geil danke und du hast noch Solotour Achtung bist du jetzt noch im März April und Mai bist du noch recht unterwegs ja nachher kommen dann noch ein paar Festivals dazu wo ich mir jetzt schon Gedanken mache wie mache ich das wie kommen die Bubble schnell genug aufstellen dass überhaupt ein Change Over möglich ist aber ich freue mich riesig auf alles was kommt und ja ich habe ein Glück dass die Kreativität noch nicht versiegt ist bis heute umso besser ich habe das Gespräch einmal mehr das ist jetzt das zweite das wir gehabt haben sehr geschätzt danke wünsche dir weiterhin viel Erfolg alles Liebe und komm gerne wieder wenn du magst ja sehr gerne wir können jederzeit über Kreativität und Prozesse und was weiss ich reden und vielleicht spannend keine Ahnung in zwei Jahren oder so sitzen wir wieder da und danach sind es neue Erkenntnisse wo man sagt diesmal hat es mir geholfen dass ich nur in der Badwanne gelegen bin keine Ahnung danke Christoph all the best und bis bald